Die 35 Übernachtungsgäste erhalten ihr Frühstück. Das Kleinstadthotel funktioniert ganz normal, weil Anna ihren Dienst machen kann. Sich krank schreiben lassen käme nicht in Frage. Die Schläge ihres Partners spürt sie noch, aber sie ist normal begleitet. Man sieht die Spur nicht. An Schmerz und Demütigung hat sie sich fast gewöhnt, aber wegen ihres Kindes hat sie ihn letzte Nacht verlassen müssen. Sie hat Hilfe vom Frauennotruf erhalten und konnte kurzerhand in die Schutzwohnung. Zum Glück ist die in der gleichen Stadt. Von dort aus kann sie in die Arbeit und ihr Sohn in die Schule. Ganz normal. Wenigstens nach außen soll alles ganz normal sein. Den Frühstücksgästen fällt nichts auf, dem Chef auch nicht und sie wird alles daran setzen, dass es dabei bleibt. Mit Hilfe des Frauennotrufs der Diakonie kann sie jetzt Stück für Stück auch im Rest des Lebens Normalität einziehen lassen. Und wenn keiner was merkt, ist sie glücklich. Jürgen Schöberlein, Diakonie Hochfranken in Hof